Hallo und herzlich willkommen zu meinem Konzept-Test-Video zum Thema Volumen eines idealen Gases. So, die Frage ist, ein Luftballon ist bei 25 Grad Celsius mit einem Liter Luft gefüllt. Der Ballon wird um 10 Meter unter Wasser getaucht. Wie groß ist sein Volumen jetzt? Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. A ist 1 Liter, B ist 0,5 Liter, C ist 0,25 Liter und D ist 1 Liter. Was benötigt die Vorwürste für diesen Konzept-Test ist der hydrostatische Druck und das ideale Gasgesetz. So, wir haben hier einen Ballon, den tauchen wir 10 Meter unter Wasser und haben am Anfang die Parameter. Temperatur ist 25 Grad Celsius, also 298,1 Kelvin. Das Volumen liegt bei 0,001 Kubikmeter, also 1 Liter. Der angenommene Atmosphärendruck hier liegt bei 10,05 Pascal. Die Parameter am Ende sind 298,15 Kelvin, also 25 Grad Celsius. In der Temperatur verändert sich nichts. Das Volumen am Ende kennen wir noch nicht, das wollen wir ausrechnen. Und der Druck am Ende ist der Druck am Anfang, zu dem der hydrostatische Druck addiert wird. Unser System ist also ein geschlossenes System. Das bedeutet, es ist kein Austausch von Materie möglich. Unsere Stoffmenge am Anfang ist unsere Stoffmenge am Ende. Und die Temperatur ist konstant. Das bedeutet, wir haben einen Isothermenprozess. Die Temperatur am Anfang ist die Temperatur am Ende. So, mit diesem Wissen können wir uns nun an das ideale Gasgesetz wenden und dieses so umformen, dass wir die Stoffmenge errechnen. Das bedeutet, N ist P mal V geteilt durch R mal T. Da wir wissen, dass die Stoffmenge am Anfang die Stoffmenge am Ende ist, können wir diesen Term nun für beide gleichsetzen und erhalten, der Druck am Anfang mal das Volumen am Anfang geteilt durch R mal T ist der Druck am Ende mal das Volumen am Ende geteilt durch R mal T. Das können wir jetzt mit R mal T durchmultiplizieren, wodurch sich diese beiden Ausdrücke herauskürzen. und wir bekommen Druck am Ende am Anfang mal das Volumen am Anfang ist gleich dem Druck am Ende mal dem Volumen am Ende. Teilen wir jetzt noch durch den Druck am Ende, bekommen wir den Druck am Anfang mal das Volumen am Anfang geteilt durch den Druck am Ende ergibt das Volumen am Ende. Setzen wir das nun ein, bekommen wir 10 hoch 5 Pascal, das ist der Druck am Anfang, mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter, der eine Liter am Anfang, geteilt durch 10 hoch 5 Pascal, das ist der Druck am Anfang. Zudem wird nun der hydrostatische Druck addiert. Das ist die Dichte, also 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, die Dichte vom Wasser, mal die Tiefe, 10 Meter, mal die Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat, und die richtige Lösung hierbei ist nun 0,5 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter und damit ist die Lösung für diesen Konzepttest 0,5 Liter. Vielen Dank fürs Zusehen.